Hallo, mein Name ist Andrea Dahlke von Mandarin Medien und ich bin hier verantwortlich für die Beratung von Kunden und für die Konzeption von Kundenprojekten. Heute möchte ich Ihnen mal kurz erklären, wie Sie über Zing neue Mitarbeiter finden können. Zing ist ein Social Media Portal für Geschäftsleute, man kann auch sagen, dass Facebook für den Businessbereich. Auf Zing können Sie nicht nur Geschäftskontakte knüpfen, Sie können hier auch hervorragend Ihre Stellenanzeigen verbreiten und streuen. Ich habe dazu mal drei Möglichkeiten rausgesucht, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Die erste Möglichkeit ist der Eintrag an Ihrer Pinnwand. Schreiben Sie einfach an Ihre Pinnwand, dass Sie eine Stelle zu vergeben haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der durchschnittliche Zing User 200 Kontakte hat, dann erscheint automatisch auf der Pinnwand Ihrer Kontakte diese Stellenanzeige. Klickt auch nur einer Ihrer Kontakte auf Empfehlen oder das findet er interessant, dann erscheint wiederum auf seiner Pinnwand auch Ihre Stellenanzeige. Zusammenfassend kann man also sagen, Sie haben mit relativ wenig Aufwand circa 400 Leute erreicht. Da ist sicher jemand dabei, die Ihre Stellenanzeige interessant findet. Die zweite Möglichkeit ist die direkte Suche. Nutze Sie einfach die Suchfunktion von Zing, um den passenden Kandidaten für Ihre Stellenbeschreibung zu finden. Wenn man bedenkt, dass inzwischen jeder zweite sich mit dem Gedanken herumträgt, einen neuen Job zu suchen, dann sollte hier sicher ein passender Kandidat für Sie dabei sein. Die dritte Möglichkeit sind die klassischen Anzeigen. Sie können auf Zing verschiedene Formen von Anzeigen schalten. Das geht los bei einer ganz normalen Textanzeige bis hin zu einer gelayouteten Anzeige, die sogar Ihr Firmenlogo enthält. Vorteil gegenüber der Printanzeige ist ganz klar der Preis. Bei der Textanzeige zahlen Sie nur pro Klick, das heißt nur, wenn jemand draufklickt auf Ihre Anzeige. Für die gelayouteten Anzeigen zahlen Sie einen Festpreis, der aber immer noch deutlich unter den Preisen liegt, den Sie für eine Printanzeige bezahlen. Zweiter wesentlicher Vorteil ist, dass Sie mit Schaltung der Anzeige eine Liste mit potenziellen Kandidaten bekommen, die auf Ihre Stellenausschreibung passen. Das heißt, Sie brauchen nur noch diese Leute anschreiben und finden vielleicht so schon ganz schnell Ihren neuen Mitarbeiter. Das war's für heute von mir. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen oder eine Mail schicken. Bis bald!